moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen gold modglied zeigen auf der karte mauer der toten und zwar bekommt ihr gar kein damage leute was ihr hierfür braucht es mindestens einen freund und ihr braucht das grabstein perk also holt euch erstmal das grabstein perk leute wenn ihr das grabstein perk habt dann müsst ihr zu einer seilrutsche gehen ihr könnt euch ja schon mal töten leute und wenn ihr dann tot zeit benutzt ihr euren schatten modus vom grabstein perk und geht zur seilrutsche hierfür müsst ihr die seilwände hier benutzen und dann stellt euch hier gegenüber einfach an die seilrutsche hin und nun müsst ihr ausbluten leute und kurz bevor ihr beim ausbluten seid aktiviert ihr die seilrutsche dann benutzt ihr sie noch und seid komplett tot nun muss euer freund die runde beenden und nachdem er die runde beendet hat müsst ihr eine seilwinde benutzen leute seilwinden sind die die hoch und runter gehen und seilrutschen die von links nach rechts gehen wenn ihr das dann gemacht habt dann könnt ihr einfach runterspringen und ihr seid im gold mod und bekommt gar kein damage ihr dürft auf jeden fall keine seilrutschen mehr benutzen weil wenn ihr eine seilrutsche wieder benutzen sollte dann seid ihr nicht mehr im gold mod aber wie gesagt die seilwinden von oben nach unten könnt ihr benutzen und außerdem kann euer ganzes team in den gold mode reingehen nur jeder müsste halt eine andere seilrutsche benutzen weil wenn jemand eine seilrutsche benutzt hat für den gold mod denkt das spiel ihr seid noch auf der seilrutsche und niemand anderes kann es benutzen das war es dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video bis zum nächsten video